So, dann wären wir wieder... Okay, jetzt habe ich alles nachgeschaut. Das heißt, ich muss jetzt... Ihr werdet es mir nicht mögen. Ich muss verkaufen. Noch mehr. Wisst ihr was? Ich muss ein paar Mal verkaufen. Und zwar so oft... Ja, ich muss so oft, wie es noch mal bei denen verkaufen, bis du mir befasst. Also ein paar gute Deals mit ihnen machen und dann treten sie mir bei. Das Problem ist natürlich, ich muss jetzt erst mal die Deals machen. Ich muss jetzt mal den Laden passend einrichten. Dass das so aussieht, wie wir ihn brauchen. Ich weiß, das Zeug ist nichts wert, aber egal. Ich brauche leicht und arm. Dann ist Alan kommt. Na ja. Ja, 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 na, nie, ich kriege da eine Karte. Auch wenn sie irgendwie ein bisschen böse auszieht, gerade eben. Racket. I could ask you to hear me out. To hear me out. Kannst du mir mal... Ich muss dich fragen, also könntest du mir bis jetzt mal kurz zuhören. Sag mal, Nagi, du siehst so ernsthaft aus. Nun siehst du... Ich hab nicht den leisesten Orientierungssinn. Das haben wir irgendwie nicht bemerkt. Also wirklich nicht. Ähm, ähm. Kein Problem. What I set out to do. What am I my... Wollen wir mal. What I set out to do. Wie auch immer meine Bestimmung. Mein Schicksal. Jedenfalls endest du dich jedes Mal verloren in den Dungeons. Also siehst du... Also möchte ich, dass du das hier bekommst. Hä? Eine Gehenkarte? Höh. Könnte ich... Ich will dich fragen, ob du mit mir kommst. So kann ich den Weg wieder nach draußen finden. Wenn sie mal drin ist, kommt sie nicht mehr raus. Absolutly. Ich liebe es, mit dir zu kommen. Danke, Leute. Ich hoffe, meine einfachen Sperr-Skills werden dir nicht peinlich sein. Keine Sorge. Einfach mal vorne schauen. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Du hast es gekauft. Ich bin froh. Ich bin froh. Aber ich bin froh. Komm auch damit, du bist mal bei mir. Du weißt ja, was du machen musst. Warte. Du bist... Du bist... Du hast es gekauft. Du weißt ja, ich will deine Kohle. Nee, ich will deine Kohle nicht mehr. Also nicht mehr wirklich. Sie ist noch praktischer, aber braucht sie nicht mehr zwangsläufig. Danke. Danke. Du hast es gekauft. Das gibt es. Du hast einiger Wüstung. Okay, dann gibt's. Das gibt es. Okay. Wie ist das? Ich glaube, wenn das gerade eben gar nichts, was verkauft werden könnte, oder? Ja, Tatsache. Also machen wir das einfach so rein, was geht. Süßigkeiten. Nahrung, was sonst? Das Zeug, was ich sonst nicht verblüfft. Also Süßigkeiten. Süßigkeiten. So, Ellen, jetzt bitte noch mal kommt und das kaufen wollen. Oh, oh, klar, zahle ich dir was dafür. Oh, ich hab Ellen, kaufe jetzt auch was, weil... Ich brauch so einen Kuh, ich brauch so einen Kuh, ich brauch so einen Kuh, ich hab mal ein paar Mal mit ihm handelt. Und viele habe ich dann seine Chance, dass er in mein Team kommt. Diese alte Vase. Wie viel zahlst du mir dafür? Tritt oben, dafür, dass es mich eigentlich ver滿 sich auf Krieger geht. Oh, disciples. So, die weiß man nicht. Vielen Dank! Wir haben gekauft! Willkommen! Wie viel? Vielen Dank! Willkommen! Wie viel? Vielen Dank! Vielen Dank! Willkommen! Wie viel? Vielen Dank! Wir haben gekauft! Wie viel? 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 Wie viel ist das? Wurde! Wie viel? Wie viel? Wie viel? um den damit ich hier noch mal das krege was ich will seine Karte ich bin du Mh 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 ich bin dort zu fahren zu wenig weil das Teil einfach nichts mehr wert ist weil ich das auch nicht bloß werde für Geschlechterpreise oder sowas Willkommen! Wie soll ich das machen? Vielen Dank! Wir haben gekauft! Willkommen! Wie soll ich das machen? Vielen Dank! Wir haben gekauft! Wir haben gekauft! Hallo! Du bekommst einen Hut! So wahr ich Gott bin! Was ist denn? Wir haben gekauft! Was ist denn? Wie ich gerade eben feststelle... Nein! Was soll ich denn? Gryff, kauf doch was! Ich lasse den Laden nachts nur wegen dir offen! Wie soll ich das machen? Willkommen! Willkommen! Wie soll ich das machen? Ansonsten muss ich Spaßes aber nochmal Dungeons durchsuchen... Ja, schau! Danke! Ich habe Nagee, dann könnte ich das mal zeigen! Wie toll! Okay, vielleicht nicht unbedingt voll, aber... Ich habe zu wenig Erfahrung mit dir, aber... Toll! Danke! Ich habe gekauft! Willkommen! Willkommen! Wie soll ich das machen? Na gut! Bewieg sind die ingen oder politisch... Achtung.... Weniger unseren leppenlernen einzusehen ... Ich finde, wie soll ich zu schimpfen? Deswegen hat Zeit gespielt! Ja. Vielen Dank! Wir haben gekauft! Willkommen! Wie soll ich das haben? Na gut, ich will wenigstens ein bisschen darüber haben. Vielen Dank! Wir haben gekauft! Ich bin so疼. Ich bin so疼. Ich bin so疼. Ich bin so疼. Aber ich bin so疼. Ich bin so疼. Bis gleich, Leute. Bis gleich,! ZD